Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich möchte jetzt gerne eine Challenge starten. Und zwar, wenn ihr das Video nicht komplett schauen wollt, alle Informationen sind auch nochmal in der Beschreibung. Da könnt ihr euch da Schritt für Schritt durchlesen, was ich vorhabe. Ich brauche auf jeden Fall eure Unterstützung dafür. Das heißt, wäre geil, wenn ihr dieses Video irgendwie verbreiten könntet. Und ich erkläre jetzt mal, worum es geht. Ja, ich hatte gestern in meinem Horror-Stage-Video eine glorreiche Idee. Und zwar haben wir da den Herobrine gejagt oder er hat uns gejagt. Und ich hatte die Idee am Ende, dass man doch mal eine Challenge machen könnte, in dem ihr mir Videos schickt und als Video-Antwort postet, in denen ihr mit Freunden zusammen den Herobrine-Mod zockt, aber mit dem Hintergedanken, dass eure Freunde nicht wissen, dass dieser Herobrine existiert oder dass dieser Herobrine-Mod drauf ist. Denn es gibt bei dem Herobrine-Mod so einen Prank-Mode. Das bedeutet, er spawnt sehr selten und spawnt ohne Totem. Das kann man beide separat einstellen. Und das ist sowas, da denke ich mir, das wäre doch mal geil, wenn man da wirklich viele Videos zusammenkriegt. Wie wenn ihr jetzt wirklich euch da hinsetzen würdet mit einem Kumpel oder mit einer Freundin. Die erschrecken sich ja noch leichter, die Mädchen. Wenn ihr euch da wirklich hinsetzt. Aber die müssen am besten von Herobrine wissen, aber nicht wissen, dass es diesen Mod gibt oder einfach nicht wissen, dass der Mod drauf ist. Und dann müsst ihr die richtig verarschen und macht denen Angst am besten. Und wenn ihr das aufnehmt, wenn ihr sowas auf Video habt, dann schickt das als Video-Antwort. Das kann von mir aus auch am PC abgefilmt werden oder halt mit Traps aufnehmen. Hauptsache In-Game-Sound und die Reaktion ist zu sehen oder zu hören. Und ja, ich weiß allerdings nicht, ob da genug Videos zusammenkommen, damit sich das lohnt. Deswegen bräuchte ich da auch eure Hilfe, damit das Projekt was wird. Damit ich am Ende wirklich genug Material kriege, damit ich vielleicht ein eigenes Video da zusammenschneiden kann, wo ganz viele Leute verarscht werden mit dem Mod. Bräuchte ich eure Hilfe. Deswegen bitte ich euch, teilt dieses Video, verbreitet es von mir aus auf Facebook oder was weiß ich. Damit ganz viele Leute darauf aufmerksam werden und viele Video-Antworten kommen, sodass ich am Ende wirklich ein Video zusammenschneiden kann. Und dann bin ich gespannt, was daraus wird. Ich hoffe, die Idee geht auf. Jetzt Einsendeschluss oder sowas gibt es jetzt erstmal nicht. Ich werde dann irgendwann aufhören, Videos anzunehmen, sobald genug da sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Woche dauert oder länger oder vielleicht kürzer. Ich weiß es nicht. Ihr werdet aber informiert, sobald genug Videos da sind. Ich bin nochmal saugespannt. Also postet mal eure Video-Antworten, wenn ihr einen Kumpel oder eine Freundin verarscht und mal deren Reaktionen aufzeichnet per Stimme oder vielleicht auch mit Video. Das wäre auf jeden Fall richtig nice. Dann verabschiede ich mich. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich bin saugespannt auf das Projekt. Und ich hoffe, es kommen genug Video-Antworten rein. Und es kommt auf euch an. Und ihr werdet natürlich auch dementsprechend erwähnt, falls euer Video dann in das Endprodukt, in das Endvideo reinkommen sollte, was ich dann zusammenschneide. Dann werdet ihr natürlich auch mit euren Kanalen alles erwähnt. Selbstverständlich. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann demnächst. Haut rein.